In der nächsten Wahlperiode will ich folgende Punkte angehen. Alle Ausbaubremsen für Photovoltaik und Wind müssen beseitigt werden. Die Genehmigungsverfahren müssen erleichtert werden. Die Städte und Gemeinden müssen stark davon profitieren, wenn bei ihnen Wind- und Photovoltaikanlagen entstehen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen die Chance haben, sich selbst zu organisieren zu Erzeugergemeinschaften, um ihren Strom auf dem eigenen Dach zu erzeugen. Ich möchte, dass wir eine Abgaben- und Umlagenreform bekommen, damit Strom kostengünstiger wird und Strom auch eingesetzt werden kann, um kostengünstig Wärme zu erzeugen. Ich werde mich für den Erhalt der Vielfalt, des Charakters und der Schönheit unserer Kieze einsetzen. Wir können nicht alles in eine Schablone packen. Wir müssen nicht an jede Wand Styropor kleben. Das ist auch aus Sicht des Klimaschutzes unnötig. Es gibt andere Alternativen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir zukünftig viel mehr mit Holz bauen. Erstens, weil es schön ist. Zweitens, weil wir damit das Klima auf Dauer schützen. Deswegen bin ich auch als Botschafter bei dem ganz wichtigen Projekt Bauhaus der Erde persönlich mit dabei. Ich möchte, dass wir beim Naturschutz vorankommen und sagen, dass wir ein Biotopverbundsystem durch Deutschland bringen. Ich möchte, dass wir eine neue Kreislaufwirtschaft bekommen nach dem Prinzip von Cradle to Cradle. Das alles wird dazu führen, dass das Leben in unserem Land besser wird, dass wir mehr Arbeitsplätze bekommen, dass wir unseren Industriestandort sichern und das Wohnen gleichzeitig für Eigentümerinnen und Eigentümer wie für Mieterinnen und Mieter bezahlbar bleibt. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir das gemeinsam mit den Menschen machen, dass Klimaschutz, die Energiewende ein Mitmachprojekt wird, an dem alle teilhaben können. Dafür steht die ganze SPD und dafür stehe auch ich.